hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen video bei guter aussicht haben wir diesmal nur eine kurze frage an euch genau und zwar wir haben uns mal überlegt was könnte euch denn noch interessieren wir haben so ein zwei sachen an projekten in der pipeline unter anderem noch mein fahrer zusammenbau ist nicht vergessen aber dank der teile die nicht lieferbar sind dauert es einfach noch länger sorry an der stelle und uns würde einfach interessieren was ihr noch so für wünsche vorstellungen oder ideen habt einfach genau also zum fahrradaufbau wollen wir wahrscheinlich auch noch so eine art bike fitting machen das ist sicher für viele interessant haben wir uns gedacht aber schreibt uns doch gerne mal alles was euch noch so einfällt wurscht was es ist dann werden wir versuchen die sachen so gut wie möglich umzusetzen und ein paar neue ideen außer ebenso follow me around eigentlich wo wir euch einfach auf den trail mitnehmen wäre doch auch mal ganz cool haben wir uns gedacht also schreibt was in die kommentare wir sind sehr neugierig und freuen uns auf ideen und anregungen machbare sachen bitte was sagt ihr zu dem berg ja egal wir wollen nicht länger labern dann schreibt uns was und dann bis zum nächsten mal tschüss u u u u u u